Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trading Video. In diesem Video, da geht es wieder um ein Screening in Finviz. Das Setup nennt sich Voice Breakout und ich handle es fast täglich oder jedes Mal, wenn es auftritt. Wie gesagt, du gehst auf finviz.com, die Website ist wirklich gut und ich bin immer wieder überrascht, wie viele nützliche Informationen sie bietet, selbst wenn sie komplett kostenlos ist. Bei der Suche nach Setups, da ist es wirklich wichtig zu verstehen, wie diese Setups entstehen und warum sie immer wieder auftreten. In diesem Fall rein technischer Natur. Der Screener, der wird wie folgt eingerichtet. Wir schauen zuerst nach hohem Handelsvolumen, vorzugsweise über 20 Millionen. Dafür gehen wir hier Current Volume over 20 Millionen. Danach müssen wir den 20 Day Simple Moving Average sowie den 50er SMA jeweils über 10% stellen. Also 10% über SMA 20 genauso wie 10% über SMA 50. Das ist wichtig. Und dann sehen wir hier an dem Snapshot, wie der Setup an sich aussehen soll. Wir können natürlich auch den Marktanteil nach unseren Vorlieben filtern, wenn wir nach großen oder kleinen Marktkapitalisierungen suchen, wie bekannt auch aus den anderen Screenings Market Cap. Aber hier zu diesem Setup, da lasse ich die Market Cap außen vor. Was interessant an diesen Tickern ist, ist das Verhalten, weil sie weit von ihren gleitenden Durchschnitten entfernt sind. Die Aktie befindet sich also weiter rüber und hat einen großen Anstieg gemacht, ohne eine richtige Konsolidierung Korrektur zu generieren, wie es normalerweise in einem gesunden Trend der Fall ist. Das Grundprinzip dieses Screenings besteht darin, nach Aktien zu suchen, die deutlich über ihre gleitenden Durchschnitte gestiegen sind und liegen. Weil viele Retailer, die neigen dazu, die Ticker das Breakout zu kaufen, weil es so aussieht, als würde es weiter steigen. Aber wenn wir uns den Intraday Chart ansehen, macht der Ticker einen Anstieg, fängt die Käufer über den Breakout und scheitert dann unterhalb von WeWeb. Die Aktie bricht aus, macht bereits einen signifikanten Anstieg und die Long Trader, die das Breakout gekauft haben, die werden sozusagen auf der falschen Seite erwischt und die Aktie fällt dann von ihrem Höchststand ab. Du suchst also nach Aktien, die weit von ihrem gleitenden Durchschnitt entfernt sind und scheitern. Und das Intraday beispielsweise scheitern daran, WeWeb zu halten und dann eben nach unten abfallen. Ich persönlich trade es wirklich gerne und scanne jeden Abend danach. Ich setze Alarme und warte darauf, dass sie ausgelöst werden, um den Chart dann näher zu analysieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat. Wenn ja, like und abonniere. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.